Musik Die TGW war in unserem Projekt CI Factory für uns einer der Erfolgsgaranten und man kann auch sagen, einer der Key Player im gesamten Projekt. Nicht zuletzt dadurch, dass die TGW natürlich die Gesamtanlage lieferte. Nein, vor allen Dingen war es für uns das gemeinsame Verfolgen und konsequente Umsetzen der Digitalisierung innerhalb des Projekts und innerhalb der Anlage.